Ja, meine sehr verehrten Gäste, ich habe mir erlaubt, ein paar Gedanken musikalisch zusammenzufassen. Ich möchte das aber erst mal in der Form tun, dass ich mich bei einigen Leuten recht herzlich bedanke. Zunächst ein Dankeschön an meinen Vorgänger. Lieber Wolf, herzlichen Dank, dass ich diesen Jahrgang übernehmen durfte. Ein Dankeschön an meine Kollegin Petra Spendorch für die allzeit hilfreichende OSK-Zusammenarbeit. Ein Dankeschön an Herrn Schofs für eine offene Tür, für ein offenes Ohr. Und zu guter Letzt ein Dankeschön an unsere gute Fee, Ruth Fischer, für jegliche Art von Unterstützung und Aufmerksamkeit. Doch nun zu euch, meine lieben Abiturientinnen und Abiturienten, vielleicht darf ich heute aber sagen, meine Mädels, meine Jungs. Die Prüfungstage sind vorbei, für viele war auch Stress dabei, mancher hat sich gar gequält. Das ist alles, was uns zählt. Die Kapelle kommt Tatar, der Landrat und Omeen sind da. Und die Gäste, fast keiner fehlt. Die Kapelle kommt Tatar, der Landrat und Omeen sind da. Die Kapelle kommt Tatar, der Landrat und Omeen sind da. Das ist alles, was euch zählt. Vor acht Jahren als kleine Leute kamt ihr hierher, welche große Freude hat diesen Bildungsweg gewählt. Amin, Amin, das ist alles, was euch zählt. Mit großen Fleiß und manchmal schwerlich. Zu meinen Frauen, seid doch mal ehrlich. Kollegen haben sich oft gegrägt. Amin, das ist alles, was euch zählt. 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 Denn wir haben es geschafft, nun habt ihr euer Abitur, wenn ihr jetzt geht, was mach ich wohl? Der zehnte Jahr steht bereit, Abitur, Abitur, der wird schon von ihr betreut. Und vielleicht in einem Jahr, seid ihr wieder alle da, mein großes Schmulfest, es war ich. Abitur, Abitur, ich freu mich, wenn ich euch dann seh. Ein Gruß an unsere Coburger Gäste, ich wünsche euch das Allerbeste, ich hoffe, es hat euch je gefallen. Amen, 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 von Herzen gratuliere ich allen. Ein Wunsch zum Schluss und gut verletzt, bleibt miteinander gut vernetzt. Ihr seid ja Multimedial, Amen. Amen, Amen, alles andere wäre fatal. Nun geht fast in die weite Welt, macht euren Weg, verdient gut Geld. Nun geht fast in die weite Welt, doch bleibt gesund für viele Jahre. Amen, Amen, das wünscht euch euer O.S.A. Das wünscht euch euer O.S.A. Das wünscht euch euer O.S.A.